Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Reignum. Ich bin jetzt kurz vor 43 und müsste jetzt mal die Secret endlich rausnehmen, da geht mal gar nicht. So, die vergesse ich nämlich sonst immer. Hallo, geht es gar nicht? Okay, dann muss ich das so. Gut. Ich kann halt dich nicht supporten, liebe Playos. Hab kein Beshi. Mal schauen, was sie sagt. Ah, sie kann. Stand. Immer gerne. Komm. Stand. Arbeit. Stand. Ich hab's nicht ganz gelesen. Ah, dieser Zufall immer. Ja, macht natürlich viel mehr Spaß zu zweit. Und sie kann auch noch EP dafür bekommen. Ich hab mal die Magnaniten und so die grossen Steine ins Lager getan. Lieb ein bisschen Geld investieren, das ganze Zeit herumschleppen und da und dann immer wieder zur Stadt gehen und mich von Loot befreien, dass da immer wieder rauskommt. Und so weiter. Und so weiter. It chillt growing up so fast. af-kaffee, okay, wo bist du af-kaffee? Okay, wo bist du af-kaffee? Ich bin ein bisschen kaffeensüchtig, die Leute hier in der Rede. Ja, ich bin immer noch sehr grippig. Tut mir leid für, ja, ein bisschen die schlechtere Qualität durch das Rösspernen zu sagen. So, wir besiegen hier alles mal Saurier, nachher auch die grossen Kololims zum Beispiel und die Viehkröten und so weiter. Mal gucken, wann sie kommt. Ah, die ist da oben. Ah nein, da unten. Ich bin da. So. So. Also ich mag so Leben auch mit dem, mit der Schildkröte. Also die gibt mir noch ein bisschen mehr, ja, ganz wenig Life und Lebensregeneration und so. Was soll so, ähm, Ding macht. Konstitution. Und Mana-Problem habe ich nicht. Ich habe meine Skillingzeit auch ein bisschen schlecht jetzt gerade. Ähm, Mana-abhängig nichts. Einfach nur zwei Skills im Spamen und den Buff einsetzen, mehr nicht. So. Ja, geben wir den noch hier. Dann können wir gleich zu den grossen. Oh. Die sind jetzt gelb, das ist gut. Ja, warten wir hier auf sie. Da sind ein paar Sekunden hier. Ja, wachen wir mal auf. Wird eigentlich noch ein bisschen schlafen. Merkt, oh, ich habe keinen Regnumpart mehr. Geh ran, sporte, also zu den Kätzchen hoch, sie füttern. Aber dann geht's los. Aufnehmen, alles mögliche. He, 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 schon schön. Schön stressig. So, und was in Komposithelm? Ich kann einen Komposithelm, aber keinen Komposithelm. Schütze. Der Fippenpfeil habe ich ja bekommen das letzte Mal, im letzten Part. Oder im vorletzten Part, nein, im letzten Part was. Die Amulette habe ich immer noch. Ah, den Meisterpfeil kann ich auswählen. So. Jetzt habe ich ein bisschen weniger. Life macht aber nichts. Hm. Sonst ist nichts. Komm schon, Schätze. Hallo, Süsschen. Da ist er. Hm. So, da werde ich mal Stein Golems besiegen. Die hoffentlich auch irgendwas Besseres geben. Das kann ich jetzt richtig alles erklären. Irgendwie Charakter-Level-Bonus. Und dann noch Level-äh, Party-Bonus und alles mögliche. He, he. Weil der Köd ist eine süße Stimme. Kampfhund. Ein kleines Windchen wahrscheinlich. Davon sprecht sie. Köderblond. Straßenköderblond. Ah, Handschuhe des Meisterpachurs. Ähm, da. 51. 50. Naja, das bringt jetzt nichts, wenn der schon kommt. Die machen recht viel Schauen. Die machen recht viel Schauen. 42. 42. Oder erst 42. Mann, was ist jetzt eh mehr mit diesem P? Manchmal ist es eine Frau. Muss sich zuerst alle kennenlernen. Ja, morgen ist man noch nicht so fit. Vor allem wenn man Fussballer ist und dann morgen Probleme hat zum Aufstellen. Und dann erstmal alles bereit machen. Na, ich könnte ich mal so eine Elite-Accountis angreifen. Probieren. Wie es geht. Ja, ich störe mich nicht. Die blöde Accountis. Oh je. Nicht so gut. Haha. Gottchen. So. Accountis Ei. Wow. Die kannst du irgendwie 20 sammeln, die extrem selten sind, diese Eier. Und dann auch für 1000 EP, ähm, wieder bei einer Reis-Quest versauen. Nützt überhaupt nichts, einfach verkaufen für. So etwas spare ich da nicht. 20 Eier auf. Es müsste ungefähr 3 oder 4, ähm, Farm-Sessions sein, bis man halt immer wieder, ähm, überlastet ist. Nein, der nicht. Ja, müde und krank. Das geht nicht. So, oder, ne? Eben, das ist der Boss. Ah, ist die Kröte. Ach, komm. Ja, da haben wir noch ein Golem. Ist gut, dass niemand hier ist momentan. Also gestern war in dieser Zeit schon extrem viel aus. Weil sie natürlich das Wochenende voll ausnutzen wollten. Da sind ja nicht viel weitergekommen. Ha. Haben einfach die ganze Zeit gelevelt. Als ich da so extrem übersprungen habe mit den Reichsschlachten, haben die einfach gelevelt. Also einer war sicher der ganze Tag da. Müsst ja umskillen. So, hau ab. Ah, er hat mich noch erwischt. Komm, komm. Ja, ja, ja. Das macht der Clan so. Immer noch. Geht auf Ströko. Okay, der Blond. Lauf, frei, wieder auf Aufladbarer. Na, Grund. Das Problem ist, ich kann gar nicht richtig leveln mit Aufladbarer. Der frisst alles. Und ich bin eigentlich genug stark für normale Gegner. Also, wie soll ich das nehmen, wenn man ohne besser ist? Das ist völlig ein Scheiß-Kill mit diesem... Oh, ich opfle mal ein bisschen Lebensenergie für Stärke. Danke, sir. So. Da haben wir noch. Ich habe jetzt mal nichts Danke fürs Widerstehen Ich muss vielleicht ein bisschen Konzentration Oh je Ich müsste sowieso gehen Hm Ich mag den König Mana wird ja noch gehen Hatte ich genug Aha, aber dann noch mehr Mana kosten Und irgendwie die Golems sind richtig langweilig Ja komm jetzt Stirb endlich, du Sonnenträne Voll der Ah, das ist noch eine Edelstinze Ich werde mal die Golems erst machen, wenn die Skills wieder ready sind Gehen viel schneller so Dann gehen wir, oh Strömungsball Boah, mega stark Okay Bin ich ja mal wieder Richtig happy über die Drops So, dann kann ich nämlich den auch machen Wieder So Ja, aber nicht Stunke Aber schaut wie schnell das geht Sind wir schon beim Fast vierten Äh, Dreieck Und was wäre mein erstens Stich Und was wäre mein erstens Stich Dann Spiel Ich Gleich Äh So So wieder aufladbar ich weiss nicht wie man ihn auf englisch oder so abkürzt beziehungsweise ausspricht wieder aufladbar mein game englisch ist da begrenzt ich bin irgendwie viel zäher geworden auch durch die neue Rüstung die ich übrigens gar nicht gezeigt habe weil ich da nicht aufgenommen habe längere Zeit ja, ein Spezialistenhelm aus dem Shop aus dem Händlershop in ja, Birka genau ähm, den auch oder ist das der? ok, jetzt ich glaube das ist ein Schulterpanzer den ich getropped bekommen habe ja, das ist wieder aus dem Händlershop das ist aus dem Händlershop und den habe ich auch gefunden Widerstand gegen manches Schaden ist eigentlich recht gut aber natürlich eins nicht weisst du ab wann es losgeht ich will unbedingt stark sein ja, das stimmt die sind immer noch richtig scheisse ok, ich habe einen guten Pfeil jetzt den Meisterpfeil ähm, den habe ich glaube ich von der Anführer, also von die, die mich eingeladen haben bekommen von ihrem Ahntes ja, wie soll ich ähm an gute Pfeile und so bekommen wenn ich selbst anspiele beziehungs einfach Geschenksachen in einer MMO-RBG kann man ja fast nie selbst anspielen man bekommt ihm irgendwie Items über oder er schnurrt sie ein bisschen aber auf Level 60 kann ich dann schon Items erhandeln wenn ich überhaupt dazukomme oder will das ist das größte Problem ah, die Belgisch ist mit ihrem, ähm, Mana-Aufopfer also glaub ich Mana-Pool heisst und so können die ganze Zeit heilen ähm, gestern hatte ich ne Schlacht kurz vor, ähm, 9 Uhr war es da hab, ähm da haben die Egan in Augsburg eingenommen und haben sich vorbei kardiert mit ungefähr 20 Heiler 3 Schützen, 2 Babalen und ganz viele Ritter wie kann man das einnehmen? also das ist das größte Pussy-Teil ich würd mit 48 mal auf gutglück ne Kiste kaufen das ist das letzte Level vor, 55 mit RW 35 hab ne Glückskiste Diamant Sollte ich die noch nicht nehmen? Sollte ich die noch nicht nehmen? Sollte ich die noch nicht nehmen? Erst später Naja Nein, eigentlich wenn man sie aufmacht, oder? Soll ich die jetzt schon aufmachen? Nö Die war nämlich ähm Ja, halben Preis, oder? Dann wär's die 20.000 Ah, jetzt nicht mehr gut Haha, hab ich gleich noch rechtzeitig bekommen Okay, ich mach sie dann einfach mit Level 48 mal auf Kann man sich gut merken Und wenn ich es vergesse, ist das auch gut wenn ich dann ein bisschen höher bin So Ist noch kein Level Up Grosse Panzer einer dunklen Schikröte Wieso dunkel? Frag mich, wo die Tiere herkommen in Regnum Haha Und zum Beispiel die Geister Die haben sicher mit Chemie gespielt Ach, hatten wir das lustig gestern Ganzes Regnum voller Chemie Ich muss dann mal Livestreamen Damit ich euch alles zeigen kann Ich hoffe es geht Wir können es derzeit mal probieren Aber das wird wieder eine Arbeit für mich Erst das testen, ob es geht und ob es gut ist und alles möglich Und dann immer das schauen Ob jemand geschrieben hat und so weiter Naja Ich brauch ein zweites kriegen Ein zweiter gute Bildschirm Mit HDR Nein, das ist zu teuer Viel zu teuer Wirklich? Dann spare ich das auf Ich mag nicht so Glücksspielen Eigentlich hätte ich es gar nicht kaufen sollen Ich bin eigentlich eher Fan von langsamen Bögen Wenn sie Schaden machen, wenn sie keinen Schaden machen würde ich natürlich kein Fan Aber ich bin sicher mit einer anderen Skillung Dann in der Wasser Als die anderen Wenn ich es schaffe Wenn ich es schaffe, dass die Schützen mir nicht viel Schaden anrichten können Und eventuell ein Gute Beschi neben mir habe Dann mache ich auf Kurzbögen und extreme Angriffsgeschwindigkeit Und bombardiere dann Alle Barbaren Und Beschis, die zu nahe kommen Dann bin ich so der Anti-Beschi und Baba Genau Genau so wie sie vor einem Jahr bei Wollahalla mich immer genervt haben Die blöden Schützen Aber hier habe ich so schnelle Schützen eigentlich nie gesehen Solange gut ist, ist mir egal wie lange sein Und wenn sie ganz ganz schnell sind und gut Dann fühle ich mich wie im Himmel Ich bin von Diablo 2 extrem gewöhnt Und mit extremer Angriffsgeschwindigkeit Mit der Windmacht herumzulaufen Und Papapapapapa Dann werde ich wieder so ein cooler, schneller Charakter in Richtung So, nachdem sie gegangen sind, gehen wir ähm eben skillen probiere ich mal etwas aus gehen wir verkaufen und ja, nehme ich dann den zweiten Part für heute auf, für den Abend und schauen wir mal die die den Livestream leider kann ich nicht so gut den Livestream auch noch aufnehmen oder so weil er extrem laut ist vor allem die äh Geräusche des also ähm TS3 Sachen cool ich mein TS3 nicht Livestream und ja 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 ja, das ist schon ich hab's jetzt wahrscheinlich gelöst was knacken wir mal noch kurz ein paar Schädigkeiten und gehen dann los ja ja, war ein bisschen ein schwer Part für mich zu früh aufzustehen nach extrem müde zu sein ist die Konzentration halt ein bisschen am Arsch und ich bin ja sehr krank und hab dadurch schon menge Energie das frisst mich extrem vor allem vor allem die die Hirnleistung die Konzentration aber gut die Parts werden wieder besser sobald ich gesund bin aber ich möchte euch jetzt nicht wenige Parts machen nur weil ich krank bin ich bin ein Let's Player der immer aufnimmt egal wie krank er ist und ja aber eben es kann mal sein dass ich eben wieder ins Krankenhaus muss oder eventuell halt bei Fussball irgendwie mal auswärts bin und dadurch nicht aufnehmen kann aber eben es kommt echt viel von mir wenn ich dann ein gutes Internet habe da kommen viel mehr Parts aber da muss ich zuerst umziehen aber es sieht gut aus also ich bin viel besser als die im Club ich kann richtig viel Fortschritt machen aber da muss ich mal wieder auf habe ich schon gut ob ich gar nicht merken muss dass ich da wieder durch bin so dann gehen wir mal kurz direkt zum Skin aber gehen wir kurz zum Verkaufen geht ja ganz schnell so ja komm Fenster so so hier haben wir noch ein paar Sachen die ich nein nicht ja der mal ja ich weiss nicht ob das genug stark ist Minus 3 eigentlich schon so gut dann gehen wir mal zum Skill Trainer Kräfte zurücksetzen und dann Kräfte nein nicht Kräfte hallo trainieren also ich möchte euch ähm Voraussicht hier haben Strategische Position ist dann ein tödlicher Treffer wir nehmen haben wir Künstlern hier also wir nehmen hier ähm Leichtigkeit so also kritische Treffer genau also hier nehmen wir Spezialist und ja Gegenwertigkeit Manöver so so ja Adler Auge wenn ich dann noch ja so ein Gehir gut hier ist ähm gleichweite zwölf das ist zu wenig ja müssen dann noch einfrieren nehmen und so ja hier ist akrobatik oder so würde ich jetzt nicht nehmen beweglichkeit das ist komm neb wir ausreich Taktik mal ein bisschen Das ist scheiße, glaube ich. Ich weiß. Okay, ähm. Nehmen wir die A5. Und nehmen Feuerregen. Ja, das ist irgendwie schwach bei den Gegenden. Ja, komm, wir nehmen nichts, oder? Nehmen wir Orkanenschlag. Ist doch nicht mein Lieblings Ding, aber geht. So, Projektierregen. 100 plus Waffen schon 100%. Wegreisen. Auch Reichweite 0. Was heißt 0 eigentlich? Genauso wie den Pfeil wahrscheinlich. Der pflegt, soweit die Pfeil fliegen, weil 0 ist besser als irgendwie 5. Keine Ahnung. Ja, äh, ich habe keine Stunts. Ich weiß nicht was. Ich ziehe keine Verfinsterung. Das ist nur die Pfeil, äh. Ah, ich müsste ich ja Parabellschuss noch nehmen für die Wasson. Aber mich nervt das die ganze Zeit. Ja, nämlich. Wo haben wir jetzt den Skil für? Ja, eigentlich muss ich hier weiter. Falkenblick, hey. Okay, jetzt. Nein, ich komme fast nicht. Das ist schon gut, Falkenblick. Ja, dann nehmen wir Dinge aus Beweglichkeit und Ausweich-Taktik, hey. Ich bin sowieso immer Opfer, weil die ganze Zeit ist dann, da brauche ich gar keine Bewegungsgeschwindigkeit. Wo ist jetzt das hier? So, nehmen wir das und nehmen wir Treffersuche. Strategische Position. Für 25 Sekunden. Ja, ich volle Aussicht, hey. Gut, dann haben wir es. Aber es ist wahrscheinlich nicht so gut. Mit meiner Konzentration könnte ich da besser das Kinn. Und jetzt, ja, machen wir mal die oben. Die hier. So. Genau. Haben wir sonst nichts mehr. Manöver ist auch. Okay. Welches ist es dann das mit dem Schaden? Das ist das Problem. Ähm. Ja. So. Vergeltung oder so, das wäre auch gut. Späse. Hm. Das sind Anpassungsfähigkeiten. Ha. Kurz gritten. Ist auch geil, aber zu wenig. Ja, welches ist es jetzt? Hm. Ich weiss gar nicht mehr, welches ich immer verwendet habe. Ist alles passiv. Ist es das Manöver? Ja, dann ist es das. Habe ich nur gemeint, es ist ein anderes Bild. Aber nun gut, ich werde weiter scaleen und für euch bis heute Abend, wenn ihr die nächsten Parts zuschauen wollt. Und ein Livestream kommt vielleicht. Ja, vielleicht noch nicht heute, wegen der Stimme und so. Ja, mal schauen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn es jetzt nicht so ein guter Part war, durch meine Erkältung, durch meine Müdigkeit am Morgen. Aber, ähm, ja, wir haben einen Beschi gehabt, der uns geholfen hat, ein bisschen. Und ja, also Dankeschön und Tschüss, euer Drago Basler. Und ja, einfach mal sagen wir. Vielen Dank.